Die M-Mirakel Kosmetik. Alle kosmetischen Produkte enthalten notwendigerweise Wasser. Die M-Mirakel Reihe von DXN enthält Tiefseewasser der Qualitätsstufe AA1 aus dem Deep Sea Energy Laboratory der hawaiianischen Behörde. Dies ist die höchste Qualitätszertifizierung für Wasser in der Welt. Es hat ausgezeichnete Feuchtigkeitsspendende und entzündungshemmende Eigenschaften und ist sehr reich an natürlichem Calcium, Magnesium und Eisen. Diese Serie wurde speziell für die jüngere Altersgruppe entwickelt, die typischerweise eine entzündete, zu akneneigende Haut hat. Natürlich enthält M-Mirakel auch andere sehr nützliche Inhaltsstoffe, wie marine Mikroalgen, die Antioxidantien, wie Enzympeptide und andere natürliche Substanzen liefern. Marine Kullagene, die die Haut vor dem Austrocknen schützen und die Hautfeuchtigkeit gewährleisten. Die Liposumentechnologie ermöglicht es den Wirkstoffen, unter die Epitermis in die tieferen Hautschichten einzudringen. Dadurch wird die Wirksamkeit der Kosmetika erheblich gesteigert. Der Ganudama-Extrakt mit seinen fast 400 aktiven Inhaltsstoffen hat eine verjüngende Wirkung. Spirulina enthält zusätzlich noch 300 Wirkstoffe, die aufgrund der primitiven Zellwand der Spirulina-Alge sehr leicht von der Haut aufgenommen werden können. Zeigen Sie einer Meisterkosmetikerin die Inhaltsstoffe dieser Kosmetik-Serie und Sie werden sofort Ihre Aufmerksamkeit erregen.